Und da sind wir auch schon wieder. In Baldur's Gate 3. So hier haben wir Intellektverschlingung. Gehen wir da mal rein. Das war mir klar. Best keep some distance or this will be a short fight. Okay. Da ist noch einer. Den kann man auch nocken. Und... Feuerfeuer. Ja, die haben nichts. Ein Rapier. Was hat sie denn? Keule. 2 bis 7. Das ist 4 bis 9. 4 bis 11. Dann zieh mal das Rapier mit. Das kannst du mir geben. Oh. Gut. Schlichtes Gift. Überzieher deine aktive Waffe. Mit einem Gift. Zusätzlich 1 bis 4 Gift Schaden bewirkt. Knolle. Krankenteilgeschwindigkeit. Jetzt haben wir mal ihn speichern. Zack. Verschlossen. Verschlossen. Schlossknacken. Dann kann man ruhig aufziehen. 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 Ja, man hat mich genauso gefangen wie euch. Ja, das ist der Wurm. Ja, Gestankenschinder. Gestankenschinder. Er verbindet uns. Du bist nicht einer von ihnen. Ja, Entschuldigung werden genommen. Ja, ich bin auch ein Baldurier. Baldurianer heißt das doch eigentlich, oder? Baldurianer heißt das doch eigentlich, oder? Ist das so? Ja. Ja. Dann machen wir uns so wieder angeschindeln. Dann machen wir uns so... Ha! 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 Dann machen wir mal, ob er sollte schauen müssen. Okay. Ha! Okay. Ha! 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 Wir haben hier einen! Ha! So. Den kann er kriegen. Hier haben wir noch einen Dolch. Sonst würde nix weiter. Haben wir noch eine Armbust. Bogen hätten wir noch. Zwei bis sieben. Sie kriegt immer noch einen Bogen. Okay. Der ist am sterben. Man sollte eigentlich wütend sein oder nicht. Aber die Frage ist warum machen die das? Also es hat ja immer irgendeinen Hintergrund. Irgendeinen Nutzen muss es ja haben. Diese Würmer da zu verteilen. Ist denen ihre Rasse aussterbend? Können die irgendwas besonderes? Sind wir auserwählt worden? Okay. Tja. Gedanken versuchen aufzurechtzuhalten oder? Schauen wir mal. Zehn. Bonus hinzufügen. Ja. 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 Da kriegt man ja Hirnknoten dabei. Also pass auf. Der braucht Nahrung. Er will aber keine normalen Nahrung. Er will meinen Körper. Wann haben wir das letzte Mal gespart? Geht das hier eigentlich zwischendrin? Oh ja. Okay. Ich mach das. Komm. Dem Gefühl hingeben. Vorbeugen. Wie zu einem Kuss. Und jetzt werden wir sterben. Äh. Schon gut. Wird alles. Krieg mal hin. Was ist mit meinem Arm passiert? Was? Aber dafür ist der tot. Tod. Keine Kontrolle. Tod. Okay. Da hilft uns die Schriftrolle halt auch nicht viel. Und vor allem er war ja jetzt Gegner. Wir waren im Kampf. Oh wie fies. Okay. Ankämpfen. Wir kämpfen an. Okay. Perfekt. Wann haben wir es schon mal gesehen. Wann haben wir es schon mal gesehen. Wann ist das so schäfst du zwungen. Ja. Die Augenführung muss schließen. Gut. Monster. Death is too good for it. Okay. Ich hab gedacht ich kann ihm jetzt helfen vielleicht. Und ähm. Aber nein er ist. Was. Was hat das. Der Kreis immer zu bedeuten. Haben wir hier irgendwie was in der Nähe. Ist noch einer. Wo geht's denn hier hin. Ach. Wir kommen mal wieder zurück. Zu denen. Äh. Der ist noch gar nicht tot. Der ist bewusstlos. Oh. Also so tot. Okay. Ähm. Wir gehen hier wieder hoch. Wir gehen hier wieder hoch. Und da sind wir gekommen. Wo geht's da hin. Zu dem hier. Oder hier noch irgendwas. Was schönes. Nö. Okay. Das Fahrrad sollte man vielleicht nicht laufen. Warum. Zerstörte Dornenfalle. Folgt sie nichts mehr. Okay. Ich höre die Schreie vor. Wir sollten es sehen. Aber bemerkbar. Teil des Feuers. Mal. Kurzbogen. Das sind wir schon. Oh Oh What's up Zorro Zorro war richtig Yellow als ein Toad Twice als uggel Das Ding ist gefährlich Lass ihn für die Goblins zu töten Und wenn es erläutert Wie werden Sie Oh A Guest Your skull palms in response to the prisoners White hot stare Her lips don't move Yet you hear her voice Get rid of them Okay Die Kreatur ist gefährlich Verschwindet, überlass sie mir Nehmen wir noch einen Bonus dazu Ja Oh Dringend Heilung Wo liegt dieses Lager Okay Okay Das sagt schon, bitte Oh Gott Anyone on board Hm Observe And listen You'll hear Goblins Before you see Get me down Hm Das ist ja prima von Tenured Oh 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 Die Krippe hat noch nicht alle deine Szenen gespürt, aber je länger wir warten, desto mehr sie konsumt. Meine Leute haben die Kürze für diese Infection. Ich muss eine Krippe finden. Du möchtest mit mir sein. Sie sieht sicherlich, dass deine Kindheit als Schwierigkeit ist. Lass sie nicht aufzunehmen. Was genau ist eine Krippe? Es gibt viele Dinge. Eine Hatcherie, eine Training-Ground, eine Schutzung. Der Protokoll ist klar. Wenn Sie mit einem Geith-Tadpole sind, müssen wir zu Augustil für die Purifizierung kommen. Okay. Okay. Sie haben einen Freund von Kreshkaleer gemacht. Few wissen solche Fortunen. Call mich Laisel. Ich glaube, deine Juden. Aber ich will sie nicht. Nicht bis ich die Begründung habe. Du hast eine Fische tongue, Elf. Würde, dass dein Gehirn erhebte. Halt, Elf. Ich glaube, die finalen Details sind auf eine Kreatur wie du. Komm. Die Horded Ones mentionieren ein Camp. Ein dort, dieser Zorru, hat gesehen Gethyanki. Eine Kreshkale muss näher sein. Wir werden diesen Zorru fragen, wo er meine Kunde gesehen hat. Ich glaube, ich glaube, hier geht es gleich weiter. Deshalb würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle wieder Cut und gucken dann nächste Folge, wie es da hinten weitergeht. So. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.